Moin, ich bin der Louis Mann aus der U16. Ich bin der Basti Jung aus der U16 und wir machen heute Lippenlesen, aber in Fußballedition. Flügelflitzer. Torschuss. Flügelflitzer. Plügelstürmer. Flügel ist richtig, aber nicht Stürmer. Flügelspieler. Noch wärmer, noch wärmer. Flügelflitzer. Flügelflitzer. Genau. Flügelflitzer. War richtig. Das nächste ist die Grätsche. Grätsche. Tor. Grätsche. 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 Warte, warte, warte. Warte, warte. So. Und dann. Grätsche. Jawoll. War richtig. War richtig. Sebastian Huhn. Sebastian Huhn. Sebastian Huhn. Tor. Torschuss. Junge, sagst immer Torschuss. Sebastian. Sebastian Huhn. Was. Noch mal. Sé-Bas-Tian. Sé. 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 Sé-Bas-Tian. 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 Sé-Bas-Tian Huhn. Huhn. Ja genau. kapitän kreuzband kapsel noch mal kapitän ja langer ball langer ball fußball tor langer ball affenarm langer ball langer ball krafttraining 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 genau richtig gut so wir wissen wo dein auto stehen schiedsrichter ja wir wissen wir beide wissen wir beide wissen wir wissen wir wie wir ja ja wir wissen denken anderes wort anderes wort wissen wissen wie wissen wasser wissen 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 wir wissen wir wissen wo 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 man wir wissen wo dein auto steht schiedsrichter wir wissen wo dein auto steht wo dein wir wissen wo dein auto steht wir wissen wo dein auto steht jawohl endlich gut gemacht tor jubel genau 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 richtig hoch und weil bringt sicherheit weitschuss hoch und weit bringt torgefährlichkeit langer ball lang holz hoch und weit werfen hoch was groß groß hoch 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 und weit weit bringt sicherheit hoch und weit bringt torgefährlichkeit sicherheit hoch und weit bringt sicherheit